Freunde klassischer Echtzeit-Strategiespiele müssen heutzutage schon etwas länger suchen, um fündig zu werden. Doch guckt man ganz genau hin, wird man im Reich der Insekten fündig. In Empires of the Undergrowth erschaffst du deine eigene Ameisenkolonie, baust diese im Stil von Dungeon Keeper aus und beschützt das Leben der Königin um jeden Preis. Besuch mich auf YouTube für mehr Empires of the Undergrowth Gameplay sowie weitere Indie-Game-Empfehlungen. Kenne deine Pixel.